Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Shakes and Fidget. Wir sind wieder am Start und wir haben schon lange nichts mehr hier hochgeladen an neue Sachen von Shakes and Fidget. Wir sind aber jetzt auf jeden Fall wieder back in Business und werden heute vielleicht eventuell die 100 knacken. Ich hoffe zumindest. Gut, und der kriegt erstmal hier das da. Zack, so. Schaut in den Kessel. Die Dame will ringen. Wir haben nicht mehr genug Money in the Tech. Tech ist natürlich schade. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen was passiert. Post darf ich jetzt nicht draufklicken. Hoffentlich behalte ich das in meinem Kopf. Ansonsten haben wir extrem viel geschafft. Wir haben starke Guildenmitglieder. Also unglaublich starke Guildenmitglieder. Und ja, Dungeon hänge ich von 10 vor 10 fest. Hier werde ich hoffentlich die 300 Alu schaffen mit 54. Wenn nicht, dann muss ich halt blittern. Siehst du? Da kommen direkt die 10. Können. So, jetzt müsste ich aber das schaffen. So, Level 100, wie gesagt, wäre auf jeden Fall nice to have, wenn ich das bekommen würde. Also, wenn ich das schaffen würde. Oh, ist da ein Pilz. Ich muss dir was zeigen. Also, umlade mal gucken. Sehr schön, nicht so schlecht, so ne? Schön, dass du wieder da bist. Du bist ein Pilz im. Nichts drängt zu uns. Das ist irgendwie ein Bug. Ich hab was in den Bug, ne? Dann laden wir mal eben kurz die Seite neu. Ich glaube, dieser Pilz gehört da gar nicht hin. So, zur ersten Einschätzung, würde ich mal sagen, ne? Ich hoffe, mein Mikrofon ist jetzt nicht zu leise hier. So. Es gibt Wichtiges zu bereden. Na, guck mal hier, der Schlüssel. Dann können wir tatsächlich sogar noch weitermachen. Also, 100 werden wir auf definitiv. Kennt ihr euch hier aus? Ich muss dir was zeigen? Abteu, bereits abgeschlossen. Ja, es kann sein, dass das Spiel ein bisschen lecken tut. Weil, wie gesagt, ich bin da... Installieren des Spiels. Fortnite. Da kam ein Update, wie ihr hier seht. Bin auch schon fast fällig. Und dann geht die Party ab. Dann wird Fortnite auf meinem Kanal öfters erscheinen, Freunde. Ich sag's euch. Da bist du, ja. Also, was wir jetzt schon so... Krasse... ...quests zu haben. Krasse. Mein Mut und meine Stärke sind euch wohl... Ich suche aber noch ein Spiegelteil. So, nebenbei noch bemerkt. Also, hoffentlich finde ich... ...mal die Spiegelteile hier, die letzten. Kann ja nicht sein. Ich bin ja fast level 100 und da sind keine Spiegelteile mehr. Deswegen sollte ich, glaube ich, auch nicht so schnell klicken hier. Also, 98 werden wir auf jeden Fall... Da ist ein Spiegelteil. Holy shit. Gönnen. Noch... Noch zwei Stück. Guck mal. Und dann haben wir direkt hier einen Ring. Einen Ring, sie zu knechten. Wer von euch weiß, was ich meine. So. Ein Level. 300 A lohnt. Das ist... Naja. 98. Ich freue mich. Ich suche jemanden für ein A... Du musst doch mir helfen. Ja, ich hab... Ich... 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 Ich werde den Ring auch nehmen. Wobei ich hier direkt... ...weilermache. Habe ich eigentlich... ...verzaubert? Ja, habe ich. Mehr Gold in den Quests. Jetzt mal. Ja. Ist zwar... ...schön so. Ist mir mein Ruhm vorausgeeilt, oder war ich zu schnell dafür? 172.000 Erfahrungen. Das ist knackig. Aber gib mir doch bitte die Scherben. Die Scherben wären echt wichtig. Ja, ja, ja. Aber es scheint... Aufgehen Sie mal nach einer Aufgabe. Will man nicht. Da bist du ja. Aha, da bist du ja. Aber zumindest finde ich hier die Eier. Das ist gut. Ach, joa. So, da einer. Da einer. Dann füttern wir dich mal. Dann füttern wir dich mal. Und dich. So. Halo ist durch. Und, äh, joa. Und jetzt würde ich sagen, es geht weiter mit den Dungeons. Ich versuche jetzt einfach mal noch ein paar Mal hier den... Boy. Denk nicht da. Ah, denk ich. Denk ich aber auch nicht. So. Neuer Dungeon-Etage. Level 190 und... Oh, Level 100. Komm schon! Oh nein, bitte nicht. 154 müsste eigentlich... Jawohl, da ist es. Oh, sehr schön. Heiliger Hand. Danke, danke, danke. Stufe 100 erreicht. Dankeschön. Waffe natürlich upgraden. Ist halt so wichtig. Jetzt können wir auch die Gildenportal machen, endlich. Zwar bringt er nicht so viel, aber egal. Endlich ist die verdammte 100 geknackt. Puh. Sehr, sehr nice. Hier geht es. Oh, hab ich auch noch nicht. Oh, ohne reinzuholen. Wie machst du das? Oh. Oh, na, warte. Kann ich noch mal? Ja, kann ich. Sehr gut. Äh, ja. Den Kloschüssel, ne? Ja, ich hätte, glaube ich, zuerst die Dungeons machen müssen, ne? Ach, kacke. Jetzt kann ich den Kloschüssel nicht finden. Ja, RIP. Egal. Weiter geht die Party. Aber der ist auch noch machbar. Hoffe ich. Jawohl. Ein Epic. Ein Epic. Jawohl. Und zwar ein Brustpanzer. Ja, geilo. Genau. Genau sowas. Habe ich auch gesucht. Noch einen besseren Brustpanzer. Vielleicht. Knack ich den? Ja, jetzt. Ja, sieht noch nicht so gut aus. Sieht noch nicht so gut aus. Der nächste Geschick, Gegner. 164. Boah. What? Freunde, was ist los hier? Also, ob. Jo. Ich würde mal sagen, direkt mal den hier upgraden. Aller-Gunsch-Bute. Nochmal plus 3. Eieieieiei. Hier nochmal auf 50.000 hier. Zack. Hier noch ein bisschen rein. Einmal. So. So. Was kommt hier jetzt? Ein Intelligenzgegner. Oh ja, der wird schwierig. Ja. Der wird, glaube ich, nichts werden. Jetzt können wir aber hier auch schon den Moon-Portal. Mach ihn. Aber ich habe jetzt nicht so viel bekommen, aber was soll's. Möchte ich ja gerne den hier down sehen, ne? Aber das ist halt... Der Junge ist halt... schwierig. Ne? Der ist schon schwierig. Wenn man sieht so, die... Versuche sind halt schon... Uff. Er wird leider nix. Aber egal. Wir haben einiges geschafft hier. Bleiben den jetzt an. Zack. Äh. Ja. Ja. Wo soll ich sagen, das war's dann auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja... Lasst es mich wissen. Haut rein. Und schüssle! Ja. Ja. Ja.